Hallo, hier ist der Martin von Money Bank, hier ist das die DAX Analyse für nun Dienstag den 25.10.2022 und unser DAX hat eine schöne Welle geritten am Dienstag, hat sich nach unten nochmal einen kleinen Rücklauf gegönnt. Wir hatten darüber gesprochen, dass der Bereich um 59, 39 hier nochmal eine gute Reaktion abgeben kann, dass er gut und gerne auch auf 737 da zurücksetzen kann, gegebenenfalls sogar auch bis zur 600 runter. Soweit ist es gar nicht gekommen, er ist ein bisschen vorher oben schon gedreht, also im Nachthochwache deutlich höher, hat am regulären Handel die 59 nicht nochmal ganz abgebildet bekommen, erst später und sich dann auch unten ja auch nicht bis ganz auf die 37 gelegt, ist ein bisschen eher hochgedreht, schon von der 57, hat damit ja immer mal wieder viele stehen lassen, auch im späteren Abendtief dann hier um die 8, ich weiß gar nicht, 846 oder wo es war, wäre auch naheliegend gewesen, dass es eher eine 840 wird, also hat grundsätzlich schon immer versucht ein bisschen eher wieder hochzudrehen, um natürlich unten die Leute dann auch nicht rauszulassen oder eben auch nicht reinzulassen und da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, das kann durchaus ein bisschen Druck ausüben, so gesehen hat er jetzt hier erstmal eingedreht zum Abend hin, wäre jetzt eher ungünstig, wenn er jetzt tiefere Tiefs steckt, auch wenn er jetzt eine 850 zum Beispiel unterbietet, weil dann wäre das zu korrektiv einfach hier oben, dann wäre das ein neues Hoch, was vom Markt nicht angenommen wird, ein neues Hoch am Abwärtstrend, ein dritter Kontakt, das kann dann nochmal gut und gerne eine ganze ganze Schippe tiefer gehen, also ich sag mal, wenn so ein Trendbruch braucht, ein bisschen, dass er den Dax im dritten Kontakt hier ein bisschen rumschnappt, ist relativ üblich, aber dann kann es durchaus passieren, dass der wirklich einen richtigen Bogen auch nochmal steckt, bevor er dann nochmal probiert, den Trend rausholen, also wirklich auch in der Dimension, wie es jetzt hier mit dem Ausabfahrer, so 12.300, 12.200, das wäre denkbar, deswegen würde ich schon sagen, unterhalb von 12.850, unterhalb von 12.800 einfach ein bisschen vorsichtiger sein, jetzt durch die Tatsache, dass das neue Hoch eben keine Trenddynamik nach oben entfacht, also wenn er denn unter 850, 800 fällt, dann kann man das schon mal festhalten, dass da nicht genügend Trenddynamik aufkommt, nicht genügend Käufer auch bereit sind, noch hinterher zu springen, hinter den Höhen und Kosten und eher auf Rücksetzer warten wollen, ja und dann hätte der Dax durchaus das Zeug hier wieder runter zu reiten und dann wäre jetzt, ähm, wartet, ach nee, halt, ich hatte vorhin gesagt, am Dienstag, es war ja jetzt Montag gewesen, ja, das heißt, die Bewegung war gar nicht vom Dienstag, sondern vom Montag, dann hätte er jetzt zum Dienstag durchaus die Chance, sich auch nochmal komplett unter den Montag drunter zu graben halt, ne, und auch in die 37 mal reinzugehen, das Cap nochmal zuzumachen, die 700 auszutesten, dann geht er bestimmt auch auf 600 und fächert sich dann hier so auf, ja, dann kommt dann tieferes Tief noch Richtung 450, also da ist schon viel Risiko drin, weil wir sind noch immer im Übergottenen Abwärtstrend, da haben wir jetzt eben gerade dran geklingelt, schafft er das jetzt hier nicht rauszuspringen, ähm, wäre Rücklaufrisiko auf jeden Fall da, wenn wir unter 800 arbeiten, wenn wir unter 850 arbeiten, das ist für mich die Grundbedingung, wo ich sage, okay, darunter werde ich vorsichtig, solange das aber nicht passiert und er oberhalb performt und auch wieder hochdreht dann, ja, also auch wieder aufdreht, ähm, würde ich dann schon sagen, Abwärtstrendbruch, Short, das mal ein bisschen zurückstellen und nach oben noch Chancen suchen, ähm, die nächste, ja, nächster Bereich, nächster Bereich ist tatsächlich erst hier oben, dann im Bereich um 13.180, äh, lässt sich nicht viel rausnehmen hier, zu öffnen, das ist immer überall schon gewesen, also, ja, das wäre der nächste Bereich, der dann nach Überwinden der 13.000 eben erreicht werden könnte, sollte es ihm auch gelingen, höher zu gehen, dann hätten wir hier das letzte Hoch, das ist mal Kante hoch im Chart stehen, bei, ähm, 13.564, das ist natürlich schon eine ganz schöne Etappe, ich denke, sollte man sich vielleicht erst mal auf die 200 fokussieren, dort kommt auch nochmal eine fallende Trendlinie, das sehen wir hier in gepunktelter Strichlinie und dann später mehr, aber bekräfte ich letztendlich auch irgendwo ein bisschen diese Aussage, also wenn er nicht unter 850 oder 800 zurückfällt, im Zweifel oberhalb dann eben nach Genorten orientieren, ja, auch im Tagesschart zieht man das jetzt ein bisschen, wir sind noch immer an der Pullback-Kante, das heißt, wenn er einen dreht hier, dann wäre das nur Pullback gewesen und dann, wirklich, dann kann er auch neue Tiefs bringen, ja, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, dass man sich dann nicht zu sehr auf der Long-Seite verkämpft und verkrampft und, ähm, dann versucht Dinge zu erzwingen, die dann vielleicht nicht kommen, weil ich sag mal, wenn der hier in dem Bereich eben abdreht, ähm, dann war das nur ein Rücklauf, dann war das nur ein Pullback hier an die vorherige gebrochene kleine Aufwärtstrendlinie und dann kann das wieder ab und hier sehen wir auch nochmal in gepunktelter Form den Abwärtstrend, der hier eben dann auch ein bisschen höher kommen wird, aber das ist die 13.200, ja, liegt jetzt hier eben, ja, das ist 13.200 und das wäre dann für mich jetzt so das nächstwichtige Ziel, ja, bevor dann hier höhere Sachen wieder Thema werden, ja, aber dazu muss er erstmal hier rauskommen, mit der 13.200 klarkommen und dann hätten wir aber auch das Band aufgedreht, ja, und dann hätte er schon, schon auch Möglichkeiten, sich weiter nach oben zu entwickeln, aber ich würde trotzdem hier dabei bleiben, auch hier auf dem Bild, alles, was oberhalb von der Linie jetzt stattfindet, wäre eher positiv zu werten, das heißt, ich würde mich oberhalb von 59 schon eher auf der Long-Seite orientieren, denn ich glaube, Indisch haben wir es gestern auch gesagt, nur, dass die Marken letztendlich andere waren und solange der über 8.500, 800 bleiben kann, ist für mich erstmal da aufwärts noch gut was möglich, so, okay, und die Ziele haben wir benannt, 37.700 bleibt aktiv, 600 darunter und von daher würde ich sagen, guck mal, was der Dienstag daraus macht, wünsche ich euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss. Vielen Dank.